Die Energy YouTube Show. Das Interview. Vor ein paar Wochen war Maniac mein Gast und weil wir uns so gut verstanden haben, ist er heute mal kurz vorbeigekommen. Nice, Maniac, hallo. Hi Jonas, wie geht's? Gut, gut und selbst? Ja, ich fühle mich super. Du hast mal wieder eins deiner Meisterwerke hochgeladen. Das ist richtig, über Berlin. Du kannst so viele Sachen in Berlin machen, das ist unglaublich. Und ich wohne schon seit 10 Jahren hier und trotzdem habe ich noch nicht alles ausprobiert und das wollte ich mir mal an einem neuen Video mal ändern. Ja, dann hau mal raus. Was hast du denn so erlebt? Ich war an drei verschiedenen Orten und zwar einmal in Potsdam in der Biosphäre. Da kommt man super einfach hin, wenn man mit der S-Bahn Richtung Hauptbahnhof Potsdam fährt, dann von dort mit der Tram ein bisschen weiter. Und dann ist man in der Biosphäre, ein grandioser Ort, also wirklich ein riesengroßer Dschungel, direkt neben der Großstadt Berlin. Und es ist richtig toll, es ist schön warm, es sind viele Tiere da, es gibt eine Unterwasserwelt. Es hat so viel Spaß gemacht. Dann war ich auf einer Tortenschlacht, das ist am Ostkreuz. Dort kommt man auch super einfach mit der S-Bahn hin, dann drei Minuten zu Fuß. Da kann man sich mit einem Freund zusammen Torten in die Fresse schlagen oder man kann auch einen Raum zerstören oder Actionpainting machen. Und zum Schluss war ich noch am Alexanderplatz, um vom Hochhaus zu springen. Das ist auch ziemlich cool. Also du hängst da in einer Art, wie sagt man, Fallschirmspringerpose und fährst dann oder fliegst dann oder stürzt dann 125 Meter in die Tiefe. Und das ist richtig geil. Hat echt Spaß gemacht. Und alles mit der S-Bahn zu erreichen. Ja, ich habe das gesehen. Du warst die ganze Zeit mit der Bahn unterwegs. Warum? Ganz ehrlich, ich wohne in Berlin, weil ich kein Auto haben möchte. Ich bin super glücklich darüber, dass wir so ein geiles Nachverkehrssystem haben und fahre super gerne mit der S-Bahn durch die Gegend. Du sparst auch unglaublich viel Geld im Vergleich zum Auto sowieso. Aber wenn du jetzt ein Abo zum Beispiel bei der S-Bahn hast, dann sparst du auch nach zweieinhalb Monaten im Vergleich zu den normalen Monatskarten. Du kannst am Wochenende einen Freund mitnehmen, überall hin oder auch drei Kinder, je nachdem. Und ja, also ich mag das einfach. Bei uns gibt es zur Zeit was zu gewinnen, Leute. Gewinnen. Einfach mal in unseren anderen Videos schauen. Da gibt es das S-Bahn-Quiz und dort kann man die VBB-Umweltkarte im S-Bahn-Spar-Abo abstauben. Also los, Freunde. Maniac, schön, dass du vorbeigeschaut hast. Danke. Ich danke. War super cool.